Wisst ihr, vielleicht sollte ich jetzt gehen. Es ist Zeit. Hab vergessen zu zahlen. Hier ist meine Kreditkarte. Danke. Ist das still hier? Ich glaub, die Musik ist schon wieder aus. Gibt mal jemand, der Jukebox einen Rempler? Nein? Okay. Wow, ihr zwei könnt ein echt verflucht langer Anstern, ohne auch nur zu blinzeln. Wahnsinn, das, wenn ich das versuche, dann gelingt mir das nie. So richtig, wenn ich das versuche. Sorry, die Maschine ist futsch. Sowas Doofes. Okay, danke. Frank, dann bezahle ich bar. Ben Franklin dürfte das alles locker begleichen. Ein 100-Dollar-Schein, bitte. Auf den kann ich nicht rausgeben. Er kann nicht rausgeben, so einfach sagt er das. Okay, sicher kann eine meiner Freundinnen... Nein. Na gut, wissen Sie was, berappe ich eben 100 Dollar für diesen Appletini. Ich kann sie gut leiden. Sie sind ein klasse Barkeeper. Sie ziehen mich nie auf, wenn ich Teenies trinke. Ich kippe sie ja selber. Gut. Nacht. Ich kann keine 100 Dollar für einen Appletini ausgeben. Das ist doch irre. Das sind 10 Teenies mit Trinkgeld. Nein, ich muss noch was anderes kaufen können. Was kostet der komische Fuchsschwanz da? Das ist ein Bart. Dann behalten Sie ihn wahrscheinlich im Familienerbstück. Wissen Sie was, Frank? Ich mach's einfach. 100 Dollar für einen Appletini, der offengestanden sehr schwach war in Sachen Teenie. Okay, gute Nacht. Hab noch einen Fünfer gefunden. Nein. Okay, nehmen Sie den auch.